Ja meine Damen und Herren, die Natur hier kann so wunderbar friedlich und schön sein, aber das bleibt sie nur, wenn wir insbesondere unsere großen Gebäudebestände energetisch hochwertig sanieren. Und genau das ist in Innsbruck auf über 50.000 Quadratmetern erfolgt und nach über sechs Jahren bin ich froh, Ihnen die Ergebnisse des Monitorings dieser Gebäudeflächen vorstellen zu können. Kommen Sie zu meinem Vortrag auf der nächsten Passivaustagung. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank.